So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten sechs Monate werden hart. Aber ihr seid hier bei der Crème de la Crème. Das ist ein kompletter Psychopath. Noch einen Fehler und ihre Eltern kriegen einen Präfo drin und steht fürs Vaterland gefallen. Ich bringe so Schleifertypen wie Ihnen, will keiner mehr zum Bundesheer. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. 20. Wieso? 40. Sagen Sie bitte... 60. Sag einmal, kapierst du nicht, dass du die Wappen holen sollst? 60 Liegestützer. Aufstehen. Hören Sie schwer vom Begriff, Rekrut-Tschusch? Herr Vizio-Leutnant, Rekrut-Farlag meldet. Mein Name ist Farlag. Bist du ein intelligenter, Tschusch? Jawohl, Herr Vizio-Leutnant. Was wird denn das? Mein Familienporträt. Nein, das sind Monster. Sie wollen sich verpflichten lassen. Jawohl, Herr Vizio-Leutnant. Warum? Fragen Sie, weil ich im Tschusch bin oder weil ich schwul bin. Sie bewegen so ein Familienfeld. Wo warst du? Du kannst es. Komm jetzt. Willst du, Farlag? Wenn sie erfrieren, dann bring ich sie um, Farlag. Die Welt funktioniert nicht so, wie dein schwules Hirn sich das vorstellt. Willst du das nicht checken oder bist du zu blöd, das zu checken? Weil ich schl joins. Farlag. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020